ich meine dahinten jetzt auch noch mal runter oder rechts da links meine ich links rechts nein danke machen schatz 80.000 extrem hätten wir jetzt nicht ja auch wenn ich das nicht überleben vor allem wie das ding einfach auf mich jetzt hier lass mal klutschen ja du bist tot warum fliegt das durch stein keine ahnung mein gesichtsausdruck echt geil okay jetzt fangen wir von vorne an warte mal komm zurück ja da oben das achselschweiß hilft nicht säure gehalt ist ja nicht hoch genug oder so für den stein drauf gelaufen ich lasse mich da mal in ruhe grillen müssen wir jetzt alle schätze von vorne einfallen dann ist ja gar nicht so schlimm nicht getroffen okay jetzt am besten das da rechts nicht kaputt machen aber das bekackst du mir jetzt nicht mit deinem müffeln ich gebe mir echt mühe feitsche das wollte ich schon immer ein wahrer schatz das wollte ich jetzt mal da oben warte mal zwar so aus als ob da oben schon wieder verloren was soll denn das was denn meine fähigkeit vielleicht berühren für die fähigkeit das ist voll der witz voll der witz das ist voll der witz so mal so mal versuchen denn wir sind jetzt zu weit ja okay dann aktiv erst links dann rechts ja sorry Ich glaube, A war's. Bei mir war's eigentlich immer Y. Äh. Liegst du das schon mal nicht? Ich soll's A drücken. Einfach auf A bleiben. Okay. Ich dachte, es wäre Y gewesen. Nein! Ich hätte warten sollen. Ach, ich hab keinen Bock auf diese Truhe. Die mobbt uns. Mit ihren Truhen-Kollegen. Ich muss mir das merken. Ja, das wird jetzt so. Das ist jetzt mal eine neue Kanalbeschreibung. Was denken die mit ohne Hintergrund-Infos? Das ist irgendwie ja langweilig. Ich hab doch schon irgendwie... Ach ja stimmt, die mit... Ja, wir brauchen was Neues. Ja, nimm was Neues. Sowas wie, äh... Die wohl steigt. Ah genau, den Block dürfen wir nicht kaputt machen. Ja. Hat die eure Sache gehabt. Ich dachte, da war nix. Wollen mich ja bei ihr, du. Super. Kommen wir kaputt. Ja. Mit dem Achselschweiß geht das schon. Ja gut, muss ja eh du machen mit der Truhe. Oh, das ist nix. So teuer. Bördern, du bist so gut wie tot. So, hier bin ich eben verregt. Also geben wir es hier rechts hin. Okay. Hau ab. Ich find das hier irgendwie... Nein. Doch. Hä? Bisschen strange. Wird jetzt da irgendwo runter? Achso, durch das Wasser wahrscheinlich. Konntest du irgendwie mit dem Achselschweiß hier unten was anfangen? Nee, ist eh noch neben. Wie kriegt man das hier? Nein, 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 nein. Im Endeffekt war es. Alles richtig. Nein. Also wir müssen jetzt da und achten. Ich hab ja einen ziemlich großen Mund. Und Magen vor allen Dingen. Da ist auch gut, ey. Du bist ja auch total zugeschissen mit Geld. Wir machen halb wir reich. Aua. Jetzt werde mal auf. Versuche ich mir auch die... E-Germate. Wie der Teddy sie immer nennt. Ah, du erinnert. Ich mag das. Aua. Stimmt, das hatten wir mit Lex versucht zu spielen. Das war toll. Hm? Diese Karton nur mit Lex abfeuern. Ja, das war echt ziemlich cool. Ja, Sternenstein. Und da gibt's Essen. Ja gut, okay, ich bin das der, der das Essen... Schön. So romantisch, diese beiden. Okay. Oh, runter. Nein! Nein! Oh nein! Aua. Was geht denn da ab? Das ist schmerzhaft, ey, was die hier betreiben. Hm. Hm, hm, hm. Da weiter runter? Tatsächlich, das lohnt sich voll. Was? Okay. Ah, die kam raus. Gut. Jetzt gehen wir wieder durch. Und rein. Ich bin mal wieder geplatzt. Oh, das hört billig. Ich bin mit 7300 Gold. Geh, Sir Kibble. Kommen Sie. Ich bin jetzt auch wieder an Sir Kibble. Kommst du, meine Herren? Tschöne, Omi. Gott, sind wir einfach so... Ach, die sind langsam Spaß, find ich. Sind wir einfach so schlecht. Was war das? Oh, das ist ein Mage. Gott, aber... Piss off! Mit einem S? Klar. Wirst du es vielleicht mit 5S schreiben wollen? Nein, nicht mehr. Hast du vielleicht nur, worauf ich hinaus wollte? Ne, ich glaub nicht. Super schade. Luftkurs. Was wolltest du hinaus? Borderlands. Hast du nicht mehr? Ne. Und jetzt? Ah. Klein die runter. Einfach mal so. Alles klar. Du kannst die halt abschneiden. Ah. Die Borderlands haben die auch mit AMS geschrieben. Echt? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Der hat sich jetzt selbst umgebracht, nur um mir das Zeug zu klauen? Danke, Sir Kibble. No problem. Bandana mit Doppel-N? Keine Ahnung. Was? Bandana. Keine Ahnung, wie das mit Doppel-N stimmt. Ich hab verstanden, Banane. Also hab ich gedacht, dass... Bam. Ist der unten gut? Keine Ahnung. Junge, hörst du mal auf, dass du glaubst? Ah ja. Äh, Angst. Einfach nehmen. Wurde zu halten. Süß, ein Herz. Und ein Leben. Das find ich gut. Ja, ne? Hab ich's gut gemacht, hier runter zu gehen. Kann man doch hier garantiert alles irgendwie kaputt machen. Aua, die hauen mich. Die haben mich nicht lieb. Ah, bitte. Ganz, ganz. Da oben, nein, nein, nein. Da hinten? Nein, nein, nein. Oh nein. Die haben mich nicht lieb. Oh. Oh, wow. Kacke. Jetzt bin ich Black Mage. Äh, was ist das da? Jet. Cool. Aber trotzdem lieber der. Sea Mirror. Warte mal. Wie ging das eben mit dem Nachgucken, was man hat? Das hier, ne? Guck mal, ein bisschen nur eine Sache übersehen anscheinend. Das ist ja ganz nice. Das könnte auch ein bisschen gehen. Ach du Scheiße. 50 Items. Na gut, wir machen's halt so weit wie wir kommen. Jo. Und wir halt drauf gehen. War ganz lustig eigentlich. Jo. So von der Idee her. Ich verstehe was Hering daran gefunden hat. Denn Hering ist der voll tolle Desplayer und so. Ich leih mich grad noch total. Sind wir jetzt tot? Nö. Genau, schützt mich. Fühlen an den Randstein. Ja, ja. Und nach vorne schießen. Brav. Aua. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aua. Ich verstehe. Du bist ziemlich miserfähig. Ja. Drücken. Das war eng. Ist tot. So knapp, ey. Ja, drück mal Pause. Ist gut. So knapp, ey. Ja, drück mal Pause. So knapp, ey. So knapp, ey. Nix gegen bisschen Energie. Ja, ich hätte nix gegen. Obwohl, ja. Ich komm mir ein neues Leben. Ach guck mal. Da ist ja eine Mega-Marte.